Ja, da kommst du gerade vom Strand, denkst du, spielst nochmal eine Runde Part G im Solo, neuer Patch. Und was ist, nachdem du dich ungefähr 20 Minuten lang auf der Karte rumgetrieben hast, keine Gegner gesehen hast, landest du plötzlich unter den Top 10 und es läuft alles wie am Schnürchen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen da, vielleicht auch ein Abo, falls du noch nicht abonniert hast, das hilft mir weiter, ich freue mich darüber und ich würde mich auch freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, viel Spaß mit dem Video. Fahr mich nicht über. Radiusz, ich sache. Okay. It's all that. You know what I left right now. You know what I left. 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 You know what I left.